Naja, weil du halt nur eine Person im Kopf hast, kriegst du dich nicht mehr raus, weil man merkt, dass man ein Stück verloren hat, dass man nicht mehr da ist, dass man nicht das Gefühl hat. Man könnte an einem denken, dass man das Gefühl hat, dass der andere nicht an einem denkt, dass man einem egal ist. Zweifelt man sich selber aus, dass man die Fehler versichtigt. Nicht an der Welt an sich, sondern vielmehr an der Welt an sich. Liegt das nicht an der Welt an sich, sondern vielmehr an der Welt an sich. Das ist der Fall, das ist der Stand, jedes Mal, jedes Wochenende, bin ich nur am Zweier. Am Sonntag bin ich hier, in der Couch. Welcher Seltschmesser, in der Kopf kommt von oben, wie man dieses Abendhaben ergelassen hat. Ich wollte immer das Gefühl haben, dieser Glück zu sein sein. von oben, wo ich darüber nachdenke, in der Kontrolle zu liegen. Ich wollte eigentlich immer mehr auf und als eines an sich. Ich wollte auf die 02-ajcielechen. Das war, das war, ich wollte sagen. Du hast nicht mehr gesagt. Ich hoffe, in Ordnungsbereitungen. Bis zum nächsten Mal.